Kommen wir hinter uns Ja gut aber Türen auf scheiß drauf Alter ich wusste nicht dass du so nahe mir dran bist Ja echt ohne Scheiß ich hab da einfach so ne Salve mal rausgehauen auf die Hüfte Aber er hat Gott sei Dank gut getroffen Ne Ich guck mich Zombie Sanni wo bist du? Weit aus deinem Schussfeld Da ist er doch Alles klar Glitch mal eben aufs Dach hoch Ja Lass mal dann rüber zum Power Plant weißt du wo das ist? Also komm mal runter Ja komm hinten runter ich bin hinten wo es runter geht von dem Oh hier oben liegt Loot warte mal Ja das wird oft liegen gelassen Wenn du Wenn du Wenn du aus der Feuerwehr Guck mal in die Richtung wo die Leiter ist wo es runter geht Ja da stehst du ja auf dem Feld Ja genau und hinter mir ist der dicke Schornstein da ist die nächste Feuerwehr Du sagst doch einfach bei der nächsten Feuerwache Ja ich wusste nicht ob du weißt wo die ist Oh fuck jetzt hab ich kein Muni mehr Sanni bist du das ja? Also ich bin mich hier grad mit dem Zombie am Prügeln Bist du auf der Feuerwehr oben drauf? Nö Scheiße Komme Oben auf der Feuerwehr schieß auf den Ja ich bin grad die Leiter runter Muss eben hier aus dem Zaun raus und dann kann ich zu dir kommen Halt dich bedeckt ich brauche noch ein bisschen Auf der Feuerwehr oben drauf ne? Sind kein Ausweg Boah So So schnell die Jacke wieder angezogen Der zielt auf mich Der liegt oben mit rotem Rucksack auf der Feuerwehr beim Power Plant Auf der Feuerwehr oben drauf Ja Seht ihr nicht von hier wo ich bin? Wo bist denn du Martin? Oben auf dem Dach pass auf Ich bin hinter der Holzfällerhütte Boah war ja klar dass wir hier direkt auf einen treffen ne? Hier kannst du nicht reden oder wat? Boah hab ich ein Glück dass ich da weggekommen bin Ich meine er hat auf mich gezielt das ist ein aggressiver Akt ne? Auf jeden Fall Ja würde ich sagen Ach scheiße ich hab doch kein Visier und nix Warte mal ich versuch mal mit der Ich hab doch ne Ich hab doch ne Einen Longhorn Ah da hab ich nur einen Schuss aber ja besser als nix der kommt doch da oben nicht runter Wer wer läuft da vor der Feuerwehrwache weg? Ich nicht Scheiße sie sind zu zweit Wo läuft der hin? Zu mir Ich weiß nicht genau wo du bist Boah alter ja zur Feuerwehr einfach Yes we are too friendly Don't shoot please Ja Kommt ihr aus Deutschland? Ja Hallöchen Kann man euch vertrauen? Ja klar wir sind zu dritt Wir schieben uns rein Alles klar Ich komm mal raus Ich komm mal raus Ja wir sind auch zu dritt Ich komm mal raus Kannst du bitte die Waffen wegpacken? Ja geht leider nicht ich hab auf dem Rücken noch eine Achso ok Ja gut dann lass ich aber meine auch so ja Ja kein Problem Ich meine Kollegen wissen Bescheid Die sind im TS Alles klar Ja wollt ihr mal auch herkommen? Hi hi Pass auf Zombie hinter dir Hallöchen Warte machst du? Machst du? Alles klar super Hi Ja Hallöchen boah ich hab mega Panik gekriegt als ich den da oben drauf gesehen hab Ja das ist das unser 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 Ja ich sag mal so ich bin eigentlich der Sniper mit und er auch aber Ja Boah du siehst aber richtig gut aus ey Ja danke 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 Ist das neu das Ja hier der neue Rucksack habt ihr den auch schon gesehen? Ja den haben wir schon gesehen Ja haben wir auch schon Haben wir auch schon Sag mal das vor dem Mund ist das jetzt im Tarnfleck gab es das früher auch schon? Äh Moment mal kurz Hi Ich hör Zombie wieder Ja da hinten ist einer Ja da hinten ist einer Ist das neue Das neue Bandene ist das Ah cool Äh Muss ich Warte mal ich mach mal ein Screen direkt von dir Ja warte Ok der andere hinten kommt von der Leiter runter Sind die nur zu zweit? Glaub schon Ne die sind zu dritt Auch zu dritt Ach so Ach hier ist ja der Clan ne Jo 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 Ja ja ich seh ich gerade Ja die anderen alle die da draußen sind alles meine Jungs Ah ihr gehört alle zusammen ne Alle? Ja ja wir sind alle zusammen Ja ja alle Hoi 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 Jo 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 Ja, es ist echt, echt. Wobei das auch ein bisschen urzeiterbhängig ist. Hallöchen. Hallo. Nein. Also je später es wird es, desto öfter findet man Leute, die der Sie auch ein bisschen normal spielen, sag ich mal. War das Zombie wieder? Ich hab das Update gerade gemacht, ne? Und ja, es ist halt mal geil zu erleben, was man so alles findet, ne? Ja. Nicht schlecht. Aber es ist auch ganz schön buggy, also man kann am Brunnen nicht mehr trinken. Äh, warte mal kurz. Was ist denn das für ein Rucksack? Der ist auch neu. Ja. Der hat 28 Plätze. Neidisch, neidisch. Ja, der auch, den ich hab. Der hat auch 28. Aber man kann, äh, also was ich unbedingt haben will, ist ja eigentlich mal, wo man das Smurfs-Backpack da an die Weste dran packen kann, aber die Weste hab ich noch nie gefunden. Genau, aber ich glaub, die haben die rausgenommen wieder. Weiß ich grad nicht. Irgendwas war da mal. Das ist aber nicht euer. Das war aber hier, oder? Ne, ne, ne. Äh, habt ihr die hier schon gefunden? Warte mal kurz. Warte. Moment. Moment, Moment. Sani, pack mal ruhig die Waffe. Dann gehst du die Axt draußen? Ne. Die Pistole hier vorne, die vor mir liegt. Oh, was ist das denn? Cool. Ja, ma. Die ist ja sexy. Ich kann ja da haben, wenn ihr wollt. Also, ich find da die Muni nicht für. Kommt denn da rein? Kommt denn da rein? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das steht auch nicht dabei. 14iger oder 42iger? Weiß ich grad nicht. Cool. Ganz cool. Jo, danke. Den haben wir auf der Military Base im Wald gefunden, oder? Oder vorher schon? Oder vorher schon. Cool cool. Bei Wibor, ne? Oder wo war das? Ich glaub, in der Military Base war das. Die neue? Ne, die bei Starry so Borda ist. Na, ne. Na, ne. Es gibt ja noch eine neue Military Base, da wart ihr noch nicht, oder? Ne. Ne. Du hast Munition für die Knarre? Ja, na, na, na. Nein. Jo, hab ich. Jo, hab ich. Welche ist denn das? Verrat mir das mal bitte. Unbedingt. Ihr seid übrigens dann im Video hier unten drauf bei YouTube. Äh, 45iger. 45iger. Ah, nice, nice. 45iger. Kannst du dich mal rauslegen mit Muni bitte? Ja, sicher. Wäre mal mega nice. Da hinten kommt wieder ein Zombie. Komm wieder ein Zombie. Jo. Zero Contents, okay. Machst du grad ein Let's Play, oder was? Ja, ja, ja. Ist noch nix Großes, aber ein paar Sachen haben wir drauf. Wie groß ist denn euer Clan? Tausend. Sag tausend. Ne, er hält sich in Grenzen. Das ist... Wir spielen nur zum Spaß miteinander. Und, äh, Videos haben wir alle mal ein paar Mal gemacht. Und ich hab's nur am Laufen. Ja, ich, äh... Wir spielen ja auch... Wir sind ja... Wir spielen ja auch nur zum Spaß, ne? Ja, eigentlich ja auch, ne? So muss das. So muss das. In Steam? Zwei Schuss Revolver. In Steam auch einfach Zero Content. Und dann findest du mich direkt. Ja, dann add ich dich mal eben. Jo. Ja, Leute, wie cool ist das denn, ey? Ja, geil, ne? Auf jeden. Sehr geil. Will den einer mitnehmen von euch? Ach, könnt ihr auch ruhig behalten, wenn ihr wollt. Könnt ihr auch ruhig behalten, wenn ihr wollt. Gebt ihm doch ruhig mal Muni noch. Hab ich. Äh, die Muni nehm ich mit, oder was? Ja klar, sonst macht das ja keinen Sinn. Muni kannst du behalten. Super, danke, danke. Und NoodleFX ist, äh, seid ihr auch bei YouTube was da machen? Äh, wir wollten mal machen. Also ich wollte mal machen. Ich hab ein paar Dinger schon aufgenommen gehabt. Die muss ich halt noch ein bisschen bearbeiten. Von früher. Da war das alles noch nicht so wie jetzt. Also auch die Grafik und alles. Aber jetzt, denk ich mal, ja mal sehen, wann wir wieder halt wieder gut reinkommen mit Spielen und mal gucken. Irgendwann vielleicht mal. Es ist halt das Ding, wir sind halt auf der Suche nach Leuten, die auch freundlich sind, so wie ihr jetzt, was cool ist, ne? In der Wüste. Es ist halt selten, Leute zu finden, die so sind. Und ja, andauernd rumballern, okay, ist auch manchmal cool, mal zu snipen, so wie ich jetzt halt aussehe, mal irgendwo zu liegen. Aber halt mal mit irgendwen zu quatschen, ist auch cool, ne? Ja, auf jeden, auf jeden kann. Nudel, ich hab dich schon akzeptiert. Hat alles geklappt. Ist das die neue AK eigentlich? Ja, nee, nicht, nee, im Moment, du hast die neue AK, ne, Tobi? Ich hab die AKU... Wie heißt du denn? Wo bist du denn? AKS74 hab ich in der Hand. Cool. Aber da fehlt jetzt noch was, oder? Ja, da ist kein Magazin drin, ich hab nur eine Kugel geladen. Hab noch kein Magazin dafür gefunden. Ist das auch die SKS-Monie, oder was? Ne, da kommt noch spezieller, noch ein ganz neuer rein. Das ist 5,45... 5,45... Mal 39 auch, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Cool. Nicht schlecht. Ja, ich glaub, wenn uns hier einer aus der Ferne sieht... Ja, bin ich dabei. Ja, ohne Scheiß. Gruppenfoto? Ne? Wär doch mal... Ein cooles Teil. Ich mit meiner Schweizer Mafia, oder was? Ich mach mal ein Foto. Ja, warte, ich mach dann auch gleich einen. Geil, ey. Joa. Geil wär, wenn wir noch einen Zombie mit drauf nehmen. Das wär echt cool. Das wär echt cool. Jo, lass mal Plätze tauschen. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Da kommt noch einer. Komm mal ran hier. Mut, 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 mut. Wollt ihr das Feuer eröffnen? Komm mal her. Na, komm mal her. Wo ist er denn? Man, den wollt ich behalten. An die Leine nehmen, oder was? Ja, zum Beispiel. Ist immer gut. Radseil? Ja, hier, pass mal auf. Warte mal, wir gehen am besten mal. Komm mal mit zur Straße? Ja. Ja. Damit kann man eine Rabbidsnare machen, ne? Eine Hasenfalle. Also mit Stöcken. Ach ja, so ein Ding hab ich auch, ja. Nimmst du Stöcke, ziehst du drauf und dann hast du eine Hasenfalle, die kannst du ins Gras rammen. So ein Ding hab ich auch. Musst du die denn an einer bestimmten Stelle denn hinpacken, oder wie? Es muss nur Rasenboden sein. Der zeigt dir das dann an. Also nimmst du in die Hand und gehst dann hin und dann mit Funktionstaste ein Mausrad drehen, Mausrad runter. So zwei Tage warten, bis ein Hase vorbeikommt. Ja, so ungefähr. Wir wollen nachher nochmal nachgucken. Was braucht man da für ein Seil unter diesen Ringen? Ich kann dir ein Seil geben, wenn du willst. Ne, er hat doch das, dieses Drahtseil. Ach so, was kann man noch? Was wir gefunden haben, ist Lockpicking. Wir können jetzt Türen abschließen und aufschließen. Ja, das hab ich auch. Ne, ich grad nicht. Das hat mein Kollege hier neben mir. Das hab ich hier. Müsst du mal ausprobieren. Irgendwann sind alle Türen zu auf dem Server. Das haben wir gemacht, aber du kannst nur mit der Axt einschlagen. Ah. Wie lange dauert denn das? Das Ding ist, wenn wir jetzt einen Lubi gefangen nehmen, ne? Dann können wir den einsperren und dann kommt der jetzt nicht mehr raus da drinnen. Und noch Beine brechen. Und dann können wir nicht irgendwie essen, ne? Essen geben und dann war es das für den. Was wir jetzt auch hatten, was für uns ungewöhnlich war, war, als der Server neu gestartet ist, sind die Sachen da geblieben, die wir hingelegt haben. Also wir waren gerade am Feuer, das ist am Feuer und da ist der Server neu gestartet und wir sind wieder auf diesen Server drauf gekommen, das war der hier sogar. Und mein Fireplace-Kit lag einfach nur da auf dem Boden, obwohl der Server neu gestartet war. Voll cool. Und auch Gegenstände, die wir da hingelegt hatten, ja. Immer zu essen daneben und so. Ja. Und Kollege meinte, dass jetzt alle Server irgendwie persistent sind. Okay, das ist natürlich... Dann kommen wahrscheinlich auch die Zelte wieder mit rein. Ja, das wäre dann der Hammer. Und Autos natürlich. Wenn ich jetzt auf dem anderen Server gehe, sind meine Sachen, die ich jetzt hier gesammelt habe, weg, oder was? Ne, das nicht. Das, äh... Also das haben wir noch nicht... Ne, hatten wir ja nicht. Ne, ne. Sondern das, was du hier veränderst, das bleibt hier so. Also wenn du hier eine Tür abschließt, die bleibt abgeschlossen. Auch wenn der neue startet. Beim neuen Server halt. Auch beim neuen Server? Ja, genau. Ich hab'n Schuss gehört. Hat noch einer gerade'n Schuss gehört? Hat noch einer gerade'n Schuss gehört? Nö, aber ich hab' vorhin keinen gehört, als... Warte mal, warte mal kurz. Ich guck mal auf den Sniper hin. Moment, Moment. Moment. Wo ist denn mein Long Range? Hat der mein Long Range? Sanni? Gib dem Mann seinen Long Range wieder. Also ich meine, ich hab'n recht weit da Entfernung aber an Schuss gehört. Aber richtig cool, ey. So drei Leute. Boah, ich hätt' beinahe das Feuer eröffnet. Scheiße. Ja, ne, ich hab' meinen Jungs gegeben. Aber ich guck' nochmal kurz zur Feuerwehr. Ja. Hattet ihr eigentlich das gehört, dass ich gerufen hatte? Oder hattet ihr das nur gelesen? Ja, hab' ich gehört. Hab' ich gehört. Boah, krasse Entfernung. Nein, ich war ja gerade oben auf dem Dach und dann... ...dann sag' ich da hinten, es kommt ein Spier. Ja, ja, ich hab' dich ganz spät erst gesehen. Lass' mal alle Ente Feuerwehr gehen, da steh' mal erst mal ein bisschen... Jo. Uff. Uff. Was war das denn? Zombie. Der Sanni Regels. Ja, wie lang wollen wir hier eigentlich noch mit denen abschieben? Meine Freundin wartet. Jetzt können wir uns ja langsam verabschieden, aber wir können die ja echt mal alle adden, weil die scheinen echt cool zu sein. Ja. Also ich hab' einen bei Steam drin jetzt. Ja, guck, dann können wir... Ja, warte mal, da links kommt ein... Zombie. Ja, kein Spieler wär' jetzt hier so verrückt, uns anzugreifen. So, Klappe zu, Affe, tot. Zombie is down. Aber könnt ihr noch mal für mich versuchen, ein Gruppenbild zu machen, wenn ihr euch noch mal aufstellt? Dann hab' ich noch mal fürs Video ein geiles Bild. Warte, warte. Ja, da fehlt noch einer. Da können wir mal gerne im Liegen die Hände auch so hoch machen. Ja, sehr cool. Danke. Geil. Joa. Ja, echt dufte. Okay. Ja, nee. Ist cool. Macht Spaß, ne? Also ich find's ganz cool. Wir waren auch mal eine Riesentruppe. Ich glaub' an die 10 Leute mal. Äh. Naja, okay. Ich sag mal so. Irgendwann ist die Grenze erreicht, ne? Man hat zwar irgendwie mal keine Kontrolle mehr. Ja. Über das Ganze, ne? Also wir waren auch mit so 8, 9 Leuten maximal. Ja. Ja, wenn dann einer dazukommt, da blickt keiner mehr durch, wenn das Feuer eröffnet wird. Ja, richtig. Aber wir hatten uns mal so gekleidet, dass jeder von uns ein rotes Paret aufhatte, ne? Ja, wir sind vorhin alle mit Schweißermasken rumgelaufen. Ja, genau. Und dann hast du halt gesehen, wo 40er Server waren oder so. Dann hast du halt gesehen, alles klar, das sind unsere Jungs, ne? Und dann ging das. Und ja. Ja. Weil dann... Hier drüben liegt noch eine SGS rum, falls jemand Interesse hat. Das ist gut. Ja, die SGS nicht ganz. Voll die Mausin-Truppe hier. Ja, ich bin eher der Sturmgewehr-Typ. Ja, wenigstens haben sie die noch nicht rausgenommen. Achso, habt ihr das schon mitbekommen, dass man hier pflanzen kann? Mit Samen und es gibt hier Kalkerde, Kalkzeugspommern. Genau, den Kalkdünger haben wir schon ein paar Mal gefunden. Genau. Und dann kriegst du halt diese Samen noch, ne? Wir sind auch in eine Feuerwehr, ähm, Quatsch, in eine Polizei reingerannt. Da waren dann auf einmal zehn Tomaten auf einer Stelle. Na, weiß ich auch nicht, ob da vielleicht schon einer angebaut hat. Die Brüchte oder was? Ja. Achso, okay. Ja, aber man kann ja nur einen Gewäckfasern anbauen. Aha. Ja, wir haben da noch keine Erfahrung mit. Man kann nur einen Gewäckfasern anbauen. So, nimmt jeder einen Typ? Wäre ein bisschen ansehen, ne? Na auf, Martin. So, Jungs, was machen wir? Ich bin der... Ich bin der Coole mit der Pistel, der ganz Coole mit der Pistel in der Hand, ja? Der Plumpssack geht um. Der Plumpssack geht um. Wie sucht er sich jetzt aus? Den hier. Ach, nee, ey, geil. Komm her, dann lernst du mein Schlag renkellen. Mein Schlag renkellen. Na, was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Na, was denn? Was denn? Was denn? Ja gut, ich wollte mich jetzt auch ausloggen. Wie sieht denn das bei euch aus? Wie oft zockt ihr denn eigentlich so? Boah, ganz unterschiedlich. Manchmal jeden Abend. Dann ist mal wieder eine Woche Pause zwischendrin. Je nachdem, wie Privatleben auch so aussieht. Genau. Und dann klar, immer wenn ein Update gekommen ist, ne? Dann ist es wieder stärker. Ja. Bis man alles mal ausprobiert hat. Sowieso. Ja. Habt ihr einen TS? Ja. Warte mal, soll ich mal IP posten? Nee, ist auch gut. Sicher. Ja, ich kann ja... Über Steam können wir uns ja dann austauschen. Da kann ich ja dann auch den TS-Server weitergeben und so weiter. Ja, ich hab dich ja drinnen und dann kann man ja auch mal zusammenzocken. Ja, auf jeden Fall. So findet man ja öfter jemanden, mit dem man mal zocken kann. Ne? Ja. Vor allen Dingen auch ein paar vernünftige Leute. Ja. Ja, wo kommst du denn her? Aber wir kommen alle ganz unterschiedlich. Also ich selber bin jetzt aus Niedersachsen, hier im Norden, so nähe Hamburg. Und dann haben wir viele aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin Wolfsburger. Aha. Joa. Ja, Sanni, sag mal, wo ihr herkommt. Ne, nicht... Also ich hab das nur gesagt, weil Hamburg in der Nähe ist. Also ich bin hier auf dem Dorf, also weiter weg davon. Lüneburg, so. Ah, okay, ja. Lüneburg kenn ich auch. Dem sein Internet wird noch vom Ostbooten gebracht. Aha. Ja, wie bei mir. Wie bei mir ist auch nicht anders, so ey. Das ist Wahnsinn. Seit wann sind denn die Stangen hier? Sag nicht, die sind schon immer hier, diese Stangen. Doch, mir sind die auch mal aufgefallen nach ganz langer Zeit. Äh, echt jetzt? Die sind schon immer runterrutschen? Ja, ohne Scheiß. Die sind schon immer da. Mach doch mal. Mach mal. Mach mal. Geh mal hoch und rutsch mal runter. Da kommst du ja leider nicht hin. Ich bin nur in den Turm hoch. Ach stimmt ja. Fuck. Vielleicht können wir die ja hochrobben, oder so. Warte, roll mal leider da. Wer bückt sich? Komm mal her, hier. Da sind die ganzen gelben Kisten drin. Ich, äh... Die sind ja fast Nachbarn. Joa. Joa. Das ist ganz witzig. Die anderen lachen schon im Terst. Ja, der eine, der steckt noch ins Vettloh oben. Und der andere... Äh, Sniper, wo bist du? Aber krass, dann gehören die alle zusammen, ey. Joa. Gut, dass wir sich mit denen ange... Vor allem gut, dass wir nur diese kleine Truppe von dreien und nicht von sieben getroffen haben. Ja, vor allem, ich hab den mit dem roten Rucksack gesehen, weißt du, aus der Ferne gedacht, das ist so ein Newbie, der kann gar nichts. Und der zielt auf mich. Den nehmen wir jetzt mal schön auseinander. Am Arsch. Jetzt wäre ein Blutbad geworden. Jo, dann würde ich sagen... Jo, dann würde ich sagen... Ich nehm den mit dem roten Rucksack. Geben wir erstmal alle unsere Wege und wir können ja immer echt mal über Steam dann Kontakt halten und ab und zu mal zusammenzocken. Fänd ich cool. Fänd ich cool. Jo, nee, klar. Also mich findet er denn auch bei ihm und ab Friendless als Dave... Dave... Ja, ich bin Mr. Ice Bear. Ja, gut. Zubi. Alles klar. Alles klar, alles klar. Alles klar, Leute. So, denn... Noch... Einen erfolgreichen Tag, ne? Jo, gleichfalls. Jo, haut rein. Jo, dann halt mal die Wand steif. Wie könnt ihr... Wir warten so lange hier drinne. Und immer schön brav sein. Richtig, so ist es. Jut, Sani, sollen wir mal durch die Tür raus? Ah, wer hat denn abgeschlossen? Ich hab abgeschlossen. Ich hab's schon vergessen, dass ich abgeschlossen habe. Takt. Takt. Takt, ja. Takt, ja. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Oh, jetzt ganz schnell die... Weg hier. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Denen ist nicht zu trauen. Ne, die war noch ganz cool drauf, ja. Ja, aber zwischen ganz cool drauf und mal eben einem lustig in den Rücken schießen, da ist nicht viel. Ja gut, ich hab... Wir haben Stahlhelme an, die sind von hinten ganz gut. Oh, scheiß Zombie, ey. Lauf erst mal ein bisschen. Ja, ja, nicht jetzt das Feueröffnen, das könnte viel interpretiert werden. Weil das die auch so schnell geworden sind, die Zombies, ne? Oh. Ja, wenn die schlagen, bleiben die ja erst mal stehen. Ah, fuck. Hier wird's natürlich. Oh, da vorne sind Häuser. Lass doch mal hin. Ja. Ja, ich will mich ja raus, Logan. Werden wir verfolgt? Nur von Zombies. Oh. Aber geil, erst mal schön Werbung machen für YouTube. Schon wieder ein paar, die gucken. Dieses dämliche Video mit dem Feuer machen, ne? Was ja echt schlecht eigentlich geworden ist. Das ist jetzt 400 Mal angeguckt worden. Das ist ja gerade mal einen Monat alt oder so. Ist doch gut. Ja, find ich auch nett. Mal hier in die Scheune gehen wir mal. Und dann achst du sie weg, ja? Da kommen wir nicht her. War klar. Nein, er läuft nach oben. Ja, ja, jetzt wurde ich hier drauf geschossen. Wo ist der andere geblieben? Sunny? Hast du die Scheune? Den anderen hab ich gerade. Hab gemorgst. Warte, ich will hier aber nicht hier oben spawnen. Das ist mir zu gefährlich. Ich loot noch schnell hier. Das kannst du auch nicht lassen, ne? Nein. Ne, aber die waren echt mal cool drauf. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir richtigen Friendly-Kontakt hatten. Und um ehrlich zu sein, so spannend war das jetzt auch nicht. Jetzt weiß ich, warum alle immer die anderen killen. Jut, jut, Freunde. So, ich werd da mal meiner besseren Hälfte Hallo sagen. Erstmal schön hier. Genau. So, ausgelockt ist er. Haut rein, ne? Halb eins an der Schau. Mach sie gut. Aber das ist ja ein anderes Mal. die Seite sogar in Ordnung des kann Travis to sır enlightenment. Und das hast du noch騎st podakt?